Okay, dann müssen wir ein kleines bisschen zurück, danke für den Tipp. Sieht man es jetzt besser? Ja. Ja, gut. Also nochmal hier, der Aufbau ist bedienfreundlicher, ich kann also hier was tun. Nochmal, die Elektronen fließen von hier los, freuen sich, sie würden sich gerne voneinander alle abstoßen. Geht aber nicht, denn hier ist Schluss, die Luft leitet nicht, der Schalter ist offen. Aber jetzt können sie und jetzt fließen sie sofort weiter, schubsen sich gegenseitig an, wir wissen ja, die freien Elektronen in Metallen, und müssen hier durch eine ganz enge Stelle, und diese enge Stelle, die gucken wir uns mal etwas genauer an. Mal sehen, ob ich die an die, naja, ein bisschen sieht man es. Warte mal, wir nehmen mal eine Tafel hoch, jetzt mache ich mal das Licht aus, und mal sehen, ob man es auch mit der Kamera sehen würde. Ich projiziere mal, ne, so. Ich projiziere mal, dieses Bild da drüben ran. Ja, und so ein bisschen sieht man diesen Glühfaden, aber richtig betrachtet ist er so besser, indem man nämlich, jetzt nehme ich wieder die Kamera rüber, sieht man die Lampe da drin? Und wenn man das jetzt hier durch eine Lupe anguckt, und das macht ihr jetzt alle gleich, dann sieht man, dass man es mit ganz kleinen feinen Glühfäden zu tun hat, die furchtbar dünn sind. Und wenn Glühfäden furchtbar dünn sind, dann heißt das, dass der Strom hat sozusagen keinen Platz und reibt sich da dran, deswegen fangen die Glühfäden auch an zu glühen, und helleres Glühnen ist eigentlich nichts anderes als auch eine andere Art der Strahle. Das ist bis dahin nicht besonders. Das ist ein einfacher Stromkreis, den kennt ihr wahrscheinlich aus Werkunterrichten und Ähnlichem, ne? Bis jetzt ist es nicht besonders. Ihr werdet aber dann noch andere Dinge machen. Also, gucken wir mal weiter. Wir bleiben hier mit unserer Spannungsquelle. Ich mache mal aus. Und jetzt schnappen wir uns mal ohne Schalter. Jetzt spielen wir Weihnachten. Und zwar, mehrere Lampen, die schalten wir in der sogenannten Reihenschaltung. Also, alle in Reihe. Ich mache wieder das Licht an, damit jemand das sieht. Vielleicht wird das Video auch gar nicht so, dass man das gar nicht verwerten kann. Und wenn ich jetzt hier diese einzelnen Lampen entsprechend verbinde, habe ich drei Lampen hier. Und diese drei Lampen, mal sehen, ob das noch höher geht. Ja, ne, gut, muss man so lassen. Und diese drei Lampen hier, Achtung, der einfachste Stromkreis der Welt. Mal sehen, ob sie funktionieren. Ja, jetzt fangen die langsam an zu leuchten. Und weil die unterschiedliche Dicken haben, die Glühfäden, leuchtet die ein bisschen heller. Das nehmen wir aber mal so hin. Das kennen wir eigentlich vom Weihnachtsbaum. Jetzt haben wir bloß drei Kerzen, ist klar. Wenn ich beim Weihnachtsbaum eine Kerze wegnehme, also rausdrehe, wobei man dann nicht sieht, welche rausgedreht ist, kennt ihr wahrscheinlich auch, man ärgert sich. Wenn ich eine rausdrehe, dann kann der Strom ja nicht weiterfließen. Das ist ja wie so ein offener Schalter hier an der Stelle. Der Strom fließt los, hier reibt er sich weiter, hier reibt er sich, hier, und er kommt nicht weiter. Der bleibt stehen. Und wenn Strom stehen bleibt sozusagen, die Elektronen also stehen bleiben, dann ist kein Strom, dann ist es kein Fluss von Elektronen. Also kann sich hier auch nichts mehr erhitzen. Und jetzt schließe ich den Stromkreis wieder. Das nennt man, weil die alle der Reihe nach angeordnet sind, eine sogenannte Reihenschaltung. Und dann hinterlande weg. Raus, und dann im Tag, jetzt in der nächsten Reihe, und in der nächsten Reihe, das ist die Reihenschaltung. Die ist ganz leicht. Bauen wir das Ding mal um zur sogenannten Parallelschaltung. Achso, noch was, Moment. Eins war auffällig. Die Lampen, die glimmen, obwohl ich jetzt schon bei 6 Volt bin, müssten die eigentlich viel heller sein. Das liegt daran, dass die sich die Spannung teilen müssen. Die müssen die sich auch teilen. Die sagen, naja, wir leuchten ja schon bei 2 Volt. Das ist ja kein bei 2 Volt. Das ist ja kein Problem. Aber wir brauchen ja am besten 6 Volt, damit wir richtig hell leuchten. Also, Pech gehabt. Tisch. Pech gehabt. Dann nehmen wir das, was wir kriegen können. Du, 2, du, 2, du, 2, jeder 2 Volt. Und dann klappt das. So, jetzt machen wir das anders. Oder soll ich es mal beweisen? Wir gehen nochmal auf 6 Volt. Und ich lasse mal die anderen weg hier. Achtung, ich beweise das nochmal. Ich habe jetzt hier auf 1 Volt gestellt. Auf 6 Volt Volt. 5, 5, 6. Das ist viel heller, als wenn ich sage, jetzt teilt euch mal den ganzen Mist. Ich gehe hier wieder rein. Ja, die ist noch relativ hell. Aber die anderen, man merkt schon, die sind alle wesentlich dunkler geworden. Das heißt, die teilen sich hier die Spannung auf. Gut. Jetzt kommen wir zur sogenannten Parallelschaltung. Und die Parallelschaltung ist eigentlich nichts leichter als das. Ich zeige mal, weshalb die Parallelschaltung heißt. Ich ordne die Lampen wirklich parallel zueinander an. Das sieht man dann auch auf dem Schaltbild. Das können wir dann nochmal zeigen. Und jetzt kommt es eigentlich nur eins. Die werden alle gleichzeitig versorgt. Und das werden wir auch sehen, dass das wirklich stimmt. Gleichzeitig mit Spannung versorgt. Denn wir können dann mal mit dem Finger verfolgen, wie ist denn der Stromfluss für die einzelnen Lampen. Aber jetzt, merkt ihr was? Jetzt wird es wieder spannend. Jetzt haben wir hier das Problem. Na, aus dem dreht sich das Ding. Jetzt haben wir, noch schlimmer. Jetzt haben wir hier das Problem. Jetzt haben wir zu viele Leitungsgewirre. Wenn ich das jetzt auseinanderziele, dann geht es besser. Machen wir es mal an. Alle drei leuchten. Ich habe nur auf 1, 2 Volt gestellt. Und wenn ich jetzt auf 6 Volt gehe. Jetzt bin ich auf 6 Volt. Dann sind sie alle schön hell. So wie es sein muss. Ich nehme mal wieder zurück, damit sie die schonen ist. So, und wenn ich jetzt hier eine Lampe rausziehe, dann juckt das die anderen beiden gar nicht. Warum? Der Strom fließt hier wieder los. Ah, darf durch die erste Lampe durch, zurück zur Spannungsquelle. Der Strom fließt hier weiter. Hier kommt er nicht weiter, aber hier kommt er weiter und wieder zurück. Zwar ein bisschen über Umwege sozusagen, aber es ist letzten Endes alles schön leiten. Zurück zur Spannungsquelle. Das ist der ganze Trick. Ich könnte auch die rausnehmen und die leuchtet immer noch. Und die leuchten immer, egal hell, ob ich die eine rausziehe oder nicht. Oder ob ich zwei rausziehe. Die haben immer die gleiche Helligkeit. Also rausziehen, schwupp, die bleibt so hell. Jetzt kommt die dazu und fertig. Das nennt man Parallelschaltung. Da ich ja jetzt... Hier ist eine Frage. Und was ist das, wenn Sie jetzt einen Schalter nehmen würden? Ja, ich kann auch einen Schalter. Oder hier einen Schalter ersatzweise. Ja. Dann wäre das ein Kurzschluss. Aber das möchte ich nicht machen, weil sonst können Schäden entstehen. Ein Kurzschluss. Warum? Ich nehme mal hier. An dieser Stelle. Ich mache das mal so. Wenn ich jetzt hier eine Lampe drin habe. Alles klar. Kein Problem, ne? Die Lampe leuchtet. Aber die bildet einen Widerstand. Die widersteht dem Strom sozusagen. Und durch diese Album entsteht Wärme. Dann ist das kein Problem. Wenn ich jetzt hier einen Schalter reinstecken würde. Hier. Und den auch noch schließe. Dann hat der Strom überhaupt keinen... Also so geringen Widerstand. Dann würde der sofort hier über den Schalter mit voller Kraft fließen können. Und dann würde mir eine Spannungswelle kaputt gehen können. Das gleiche kann ich auch machen. Und wenn ich sage, gut, lassen wir die leuchten hier. Machen wir das bei der zweiten. Auch da wäre die Umleitung fatal. Hier. Dann würde sich nämlich der Strom den besten Weg nehmen. Dann sagt er, bevor ich mich hier durchquere durch die Lampe. Gehe ich doch lieber durch den Schalter. Klack. Ich kann das gleiche sogar hier machen. Und klack wird es genauso. Hier wäre genau der gleiche Klack. Also Kurzschuss. Und dann wäre etwas kaputt. Kurzschuss ist zu vermeiden. Tschüss. Gut. Bis dann erstmal fragen. Ja? Also würde die Lampe dann gar nicht mehr leuchten? Ne. Dann würden die anderen gar nicht mehr leuchten. Weil sich der Strom den besten Weg nimmt. Den allerschicksten. Theoretisch fließt hier noch was durch. Aber das reicht nicht. Ja. Das ist da. Klar. Rein und parallel Schaltung. Jetzt habe ich hier noch eine Art Schalter. Ich zeige den mal. Das ist ein sogenannter Umschalter. Der schaltet um. Von hier nach da. Ich kann also den Strom von hier in der Mitte über den Hebel auf die eine oder die andere Seite lenken. Machen wir mal was da draus. Wir bauen uns mal ganz schnell eine sozusagen eine Art Verkehrsampel. Wir haben allerdings nur zwei Schaltzustände. Mit zwei Schaltzuständen kommen wir nicht allzu weit. Es empfiehlt sich auch vor jedem Versuch alle Kabel nochmal zu lösen. Weil man sonst in dem Kabelgewirr auch ganz schnell Kurzschlüsse verursachen kann. Ich nehme meinen Schalter hier. Den stecke ich hier in die Mitte. Und jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Jetzt sage ich also. Ich gehe hier los und werde meine Elektronen verteilen. Mal hier hin und mal da hin. Oh, der quietscht schon. So, und Elektronen verteilen heißt. Ich werde also hier anschließen. Und damit diese Lampe leuchten soll, muss ich ja zurück zur Spannungsquelle kommen. Sage ich okay. Keinen Weg zurückschaffen. Nämlich genau hierher. Das mache ich jetzt hier mit Verbindung mit dem Kabel. Probieren wir mal aus. Tschüss. So, auf der Seite, das funktioniert. Hier fließt der Strom lang durch den Umschalter. Das ist auch bloß in diesem Fall ein normaler Schalter. Durch die Lampe zurück zur Spannungsquelle. Nichts besonders passiert. Wenn ich den jetzt öffne und hier rüberlege. Tja, was soll sein? Jetzt kommen die Elektronen bis hierher. Und da stehen sie wieder dumm da und sagen schade. Wir würden ja gerne da hin. Geht aber nicht. Also muss ich jetzt noch was tun. Jetzt möchte ich ja noch eine zweite Lampe anschalten. Also sage ich okay. Ich nehme das nochmal raus hier. Wir machen das gleiche wie hier. Also das gleiche wie hier. Hier anschließen. Hin zur Lampe. Und zurück zur Spannungsquelle. Aber. Jetzt muss ich die ja auch noch wieder zurück zur Spannungsquelle geben. Und da kann ich mir eine von den Buchsen oder gar hier das aussuchen. Ich mache es mal so, damit es besser auffällt. Jetzt müsste der Weg klar sein. Vorher überprüfen, damit es keine Kurzschlüsse gibt. Strom fließt los. Hier lang durch die Lampe zurück zur Spannungsquelle. Der würde auch hier hin fließen wollen, aber das bringt ihm nichts. Da kommt er ja wieder mit seinen gleichen Elektronenkumpels zusammen. Das bringt ihm nichts. So. Andere Seite. Hier lang. Und zurück zur Spannungsquelle. Probieren wir es mal aus, ob das klappt. Entweder die eine leuchtet. Oder die andere leuchtet. Und wenn man jetzt die eine rote, die andere grün anmalt, dann kann man sich eine Mini-Ampel bauen. So einfach ist es. Also in den USA sind ja so eine ähnliche, so bei den Banschienen. Also es ist nichts anderes außer es ist mechanisch immer so. Richtig. Okay, da ist intern so ein Umschalter, der schaltet immer hin und her. Genau, in den USA diese Traffic Lights für die Bahn. Ja, wenn man das so irgendwie sehr grau gelegt. Ja, klar. Okay, gibt es bis dahin erstmal Fragen oder können wir das Video erstmal dicht machen? Wir können jetzt noch weiter fummeln, aber das bringt für das Video nichts. Jetzt können wir noch ein bisschen experimentieren. Wir werden jetzt, wie gesagt, nochmal hier mit einer Lupe anschauen, wie solche Dinge wirklich aussehen, wie dünn die Glühfäden sind. Und dann ist gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt.